Guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Ist diese Kuchen nicht verkäuflich? Nein. Sie ist 7000 Jahre alt und kommt aus dem alten China und in einem erstaunlich guten Zustand. Sie muss eine Million Dollar wert, sonst sie gehört mir. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Gehen Sie doch mal duschen. Ich weiß nicht, da sollte ich duschen. Ich glaube, ich glaube, das schadet Ihnen nicht. Sie hat mal recht. Also, ich habe Ihnen die Brase schon mal hergerichtet. Naja. Ja, das brauchen Sie nicht unbedingt. Ich wasche mich immer nur. Mit Wasser. Wiedersehen. Jetzt ist sie meins. Schnell. Ich glaube, Sie sind fertig. Wie bitte? Warten Sie. Das war eine Baselstall. Ich komme gleich. Warten Sie kurz. Ach, wie wollen wir jetzt etwas anziehen? Männer. Und immer so hohe. Ach. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Herr Sohn. Es ist etwas passiert. Was? Was ist passiert? Oh, was ist passiert? Wo ist meine Statue? Sie war in der Sicht. Sie war eine Million Dollar wert. Und das ist behäblich viel, wenn man bedenkt, wie er in unserer Stadt ist. Und Brilleherr. Wo ist sie? Was ist geschehen? Ich weiß es nicht. Was soll das heißen? So weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Sie wollen mich total verarschen. Das kann doch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll das? Also, eine Million Dollar wert. Eine Million Dollar. Familie, gut. Meine Familie stammt aus dem alten Asien. Aus China und aus Japan. Ach, ich wünschte, ich werde ihn wieder dort. Aber stattdessen bin ich jetzt Polizist. Sie besorgen sie mir auch. Ich habe sie mir auch criminal errichtet. Wenn sie denn schon, was ist passiert? Sie können mir nicht verziehen, dass sie ein Blatt macht. Ach, was soll das? Lachen Sie es nicht. Das ist... Das ist... Das ist so bad. Scheißen. Ich melde mich später wieder. Ich melde mich später wieder.